Allererst öffnet sich das so und dann gehen wir, wenn ihr auf den grossen Knopf drückt, könnt ihr hier Sprache eingeben. Ich möchte jetzt aber nicht Deutschland da, sondern Schweiz. Also, dann gebt ihr euer Internet-Code ein, dann geht es weiter und dann fragt ihr euch Sachen, sagt ihr ja oder nein. Entweder bei Siri und Standort und ich weiss nicht was aktivieren und darum mache ich hier auf Deaktivieren. Jawohl. Okay, dann machen wir es. Aktualisieren. Ein Gardeinstellen aktualisieren. Das heisst, wenn es ein älteres Modell ist, kann ich fortfahren und nicht verwenden. Ich nehme den iCloud-Schlüssel nicht verwenden. Sie hilft beim Erledigen auch nicht. Den brauche ich nicht. Analyse brauche ich auch nicht. Nicht teilen. Los geht's. Gut. Okay. Der iPad 4 ist ein älteres Modell. Mit dem 10.3.3. Ihr könnt nicht alles herunterladen. Ihr könnt das schon machen, aber dann müsst ihr mit einem neuen iPad-Modell eure App Store öffnen und von dort euer Programm herunterladen. Und nachher passt das auch auf dem iPad 4 an. Okay. Wenn ihr euch jetzt angemeldet habt mit eurem Mac-Account. Wenn ihr so ein Sicherheits-Dings eingerichtet habt, schickt euch ein Code aufs Not-Tel. Den müsst ihr dann eingeben auf dem iPad. Nachher müsst ihr den iPad Code eingeben. Nachher könnt ihr Zugriff auf eure App haben. Und jetzt, bevor ihr das macht, könnt ihr spät anstössige Inhalte zugelassen werden. Ich errichte es später ein. Dann gehe ich jetzt mal auf Käufe. Jetzt weiß ich wahrscheinlich noch mein... Ich muss mich jetzt einmal anmelden. Beim App Store. Ich gehe auf Anmelden. Ja. Dann gehe ich mit meiner App, Apple ID, hinein. Und dann könnt ihr auf eure Käufe, die ihr getätigt habt, zugreifen. Was ist jetzt los? Und dann macht es. Ja. Und dann müsst ihr eben nicht nochmal zahlen. Da mache ich auch später. Keine Lust für das. Aber da könnt ihr einstellen, wenn ihr Kinder und so. Das sind aber nicht meine Käufe. Das habe ich nicht gekauft. Das sind meine Käufe. Hallo. Da. Da sind meine Käufe. Jetzt kann ich runterladen, was ich jetzt brauche. Auf dem iPad will ich nur kreativ sein. Ich will nicht mit dem kommunizieren. Ich könnte aber. Aber ich will es nicht. Jetzt. Jetzt. Seht ihr. Wenn ich WhatsApp. Kann ich. Könnt ich draufladen. Ähm. Sprach Memo. Tut ich nicht. Ich gehe mal ganz runter. Ich fange unten an. Es ist so wie Weihnachten. Mit Facebook. Viber. Wenn ihr ein Zellular habt. Äh. Das 16GB ist ein Zellular. Das heisst. Ihr könnt. Eine Karte rein tun. Und dann könnt ihr mit Viber telefonieren. Die anderen. Könnt ihr einfach. Schreiben. Und ihr habt überall Internet. Also. Ich lade. Sicher. Ein Movie runter. Wenn es ein älteres Modell ist. Seht ihr. Äh. Er muss eine andere Version laden. Das gleiche ist bei Garsband. Die zwei brauche ich. Für. Damit ich kann. Äh. Malen. Wenn ich Kinder habe. Dann lade ich auch. Ein paar. Spedals oben. Allerdings. Muss ich mich. Wahrscheinlich. Amix entscheiden. Ob ich jetzt. Malen. Oder. Ob ich. Gamen. Je nachdem. Wenn ich. 16. Eingehen. Kann nicht. Beides. Aufs Mal. Es braucht viel zu viel Speicher. Aber ich kann es. Wieder auf die Käufe gehen. Ich zeige euch nachher. Kann die einen. Löschen. Da kann ich es. Aber wieder draufladen. Ganz easy. Da hat man. Spb. YouTube. Auf jeden Fall. Räbeladen. Dann kann man eine schöne Idee holen. Da hat die Siedler. Ist noch ein gutes Game. so können alle das brauchen, meine Mutter, meine Enkel. Ich möchte euch nochmal darauf hinweisen, es ist ganz wichtig, wenn ihr zahlen erst euren App Store, eure Einkäufe auf dem App Store einrichten wollt und so viel wie möglich auch gratis super gute Programme runterladen wollt, macht das auf einem neueren iPad 11.irgendwas oder iOS 12.2 auf das sind die meisten heute updated, weil ihr könnt auch gratis Programme wie Garaspend, iMovie und Pixelmata und so dort runterladen und was nicht geht, direkt auf das iPad 4 10.3.3. Dann könnt ihr es dort runterladen und könnt euch nachher dort wieder abmelden. Dann könnt ihr euch auf eurem iPad, wo es 4 ist, anmelden und könnt dort eure Sachen runterladen und zeigt dann an, ob es soll angepasst werden als iPad 4. Und Autodesk, Sketchbook unbedingt drauf, Dropbox unbedingt drauf. Weil wenn ich Dropbox habe, muss ich nicht immer Fotos geklaut und all das offen haben und alle meine 5 Millionen Fotos, die ich noch auf dem Compi habe und von anderen auf dem Phone und so immer alles da drauf ist. Dann kann ich, wenn ich etwas gemacht habe, das gerade auf Dropbox schmeissen und kann es gleich wieder löschen und habe wieder speicherfrei. Das ist vor allem für GIF, nehme ich auch, weil und iKrafter auch. Das sind tolle Programme, mit denen ich viel arbeite. Das war's. Mehr mache ich jetzt nicht drauf. Wir sind jetzt hier am runterladen. Wir brauchen jetzt ein wenig Zeit, um runterladen. Das Bild mit dem Anfang vergleichen, dann seht ihr, wie viele unnötige Apps ich gewünscht habe. Das iPad hat jetzt alle die Apps, die ich jetzt mal gewählt habe, runtergeworden. Jetzt zeige ich euch, wie man Apps, habe ich euch vorher schon gezeigt, wie man Apps, die man doch nicht braucht, löschen kann. Man tippt auf 1, bis alle die anfangen, dann kann man aufs Kreuzli und kann es löschen. Das mache ich so gern. Löschen, 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 löschen. Ich habe das jetzt so in Richtung, dass ich nur Malprogramme habe. Und jetzt möchte ich die zusammen tun. Malprogramme möchte ich zusammen tun. Dann kann ich das so packen mit dem Finger und schiebe es da rein. Alle Malprogramme sind da rein. Genau. Dann so Musikzeugs. Oh nein, das ist mehr Musik. Musikfotofilm. Das kommt da drin. Ja. Und das da, da, tue ich auch zu den grafischen Sachen. Und dann mache ich so mit den Sachen vom iPad. Das kommt da rein. Innen. 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 Und ich jetzt nicht brauche. So ruhe ich jetzt ein bisschen auf. Das da lau ich. Das lau ich. Und das YouTube. Und überall. Lau ich da auch. Also ich mache es so. Das Dropbox. Das mache ich auch da. Das kommt auch noch da. Und das auch noch. So. Gut. Jetzt möchte ich das Dienstprogramm ist gut. Unterhaltung möchte ich nicht, dass es Unterhaltung heisst. ich kann, ich kann die Empfehle da auf den Titel, neben dran und da kann ich das so benennen, wenn ich es will. Grafik z.B. Da das Gleiche. Foto Audio. Hier. Da. 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 Da.now Da habe ich noch viele Filme. Das lassen wir so. Jetzt ist es übersichtlich. Jetzt schaue ich auf Info. Wie viel Platz braucht das jetzt schon? Damit es nicht mehr wackelt, gehe ich auf den Grossknopf einmal drücken. Jetzt gehe ich auf Einstellungen. Dann gehe ich auf Info. So verfügbar. Ja, 4 Giga hat er jetzt gebraucht. Jetzt gehe ich hier weg. Dann gehe ich auf eines dieser Grafikprogramme. Mal etwas. So. Dann gehe ich es speichern. Ich möchte euch zeigen wie man das mit der Dropbox machen kann. Ich gehe es speichern. Und dass das wirklich, obwohl alles ausgeschaltet ist, das jetzt in Bild sichern. Das heisst, okay. Anders möchte ich auf deine Fotos okay sagen. Danke. Wir wollen nochmal auf Einstellungen gehen. Einstellungen. Hier. Und jetzt würde ich das Foto ausschalten. Die ganze Mediathek. Ich sehe da. Ich brauche die nicht. Ich brauche die da nicht, um zu arbeiten. Das möchte ich jetzt aber vermeiden. Mit der Cloud zu arbeiten. Und für das brauche ich die Dropbox. Die Dropbox muss ich aber auch zuerst mich anmelden. Die Dropbox ist der Vorteil, dass ihr auf einem PC, auf einem Mac oder auf irgendwas eure Daten holen könnt. Und es funktioniert auch auf das Handy oder Huawei, auf das iPhone. Die Dropbox ist eine Alternative zu der Cloud. Ich werde nicht etwas bezahlen. Ich habe die Basic. Und bleibe da bei der Basic. Überspringen. Erlauben. Und jetzt, das ist meine Dropbox. Da kann ich hin und her Daten. Auf mein iPad oder umgekehrt vom iPad auf der Compi oder auf das Nattel oder was auch immer. Das kann ich auch machen. Ich muss einfach die Dropbox überall herunterladen. Falls ihr keinen Mac zu Hause habt. Gut. Jetzt zeige ich euch. Wenn ich hier ein Foto kann. Was ist das Foto? Was ist das Foto? Das Bild, das ich gebracht habe. Jetzt kann von da. Das kann natürlich auch klicken. Auf die Dropbox schicken kann. Dropbox. Genau. Und Ordner auswählen. Muss ich noch machen. Direkt machen. Wenn ich das hier habe. Und ich will es jetzt auswählen. Also auswählen. Und jetzt gehe ich auf das Fährregel mit dem Pfeil. Bild keine Transparenz. Und jetzt kann ich es auch hier an die Dropbox schicken. Ganz sofort drauf rum. Ganz sofort drauf rum. Alle Entwürfe und alles weg. Weg damit. Dann habt ihr immer Ordnung von ihm. Das gleiche ist wenn ihr das Programm braucht. Weg damit. Was macht. Was macht. Was machen. Wir machen zum Beispiel das negativ so und dann anwenden und jetzt schicken wir es in Fotos, kopieren, wenn es da ist, da kann ich es glaube auch in Fotos. Jetzt habe ich es geschickt, auf bearbeiten, ein Bild auswählen und jetzt kann ich es aus dem Kübelchen, das gleiche ist das Programm. Das Programm, damit es gut funktioniert, das ist gratis, könnt euch registrieren, gebt eine E-Mail-Adresse an. Ich habe es schon gemacht, ich mache es jetzt nicht, weil ich löse das iPad nachher wieder. Da bei Einstellungen, bei dem Programm, geht ihr drauf, geht auf Einstellungen, genau. Und schaltet Tippinhalten für Farbwähler, schaltet das aus, weil sie schwer werden, das ist wahnsinnig. Sonst ist es gut, es hat sehr viele Pinsel. Hier seht ihr Kalo. Hier kann man malen. Hier kann man anders malen. Was der Vorteil ist von dem, es hat unbegrenzte Möglichkeiten zum Malen und unbegrenzte Möglichkeiten zum Layers beifügen. Hier kann man vielleicht auch, es hat Sachen von Photoshop. Es ist ein sehr gutes Programm und gratis. Also Chapeau, ich liebe dieses Programm. Jetzt müssen wir das teilen. Jetzt sollte da auch Dropbox kommen. Ja, da kommt Dropbox direkt. Da kommt wieder Ordner auswählen. Jetzt hat er reagiert. Digitales Malen. Auswählen und dann Speichern. So geht das. Da, gerade löschen. Das lösche ich gerade. Verwerfen. Verwerfen und dann haben wir wieder neu. Gut. Ich gehe jetzt schnell auf meinen Bildschirm. Ich habe einen Mac. Und möchte euch zeigen, wie ich dann die Dropbox öffnen kann. Und das von der Dropbox runterhole. Ich kann oben die Liste. Und dort ist das Zeichen für die Dropbox. Und dort klicke ich drauf. Dann habe ich den Ordner rechts. Und dann kann ich da bei digitalem Malen das Bildchen rausholen, das ich vorher gekürzelte habe. Bei GarageBand die Musik nehmen, die ich mal aufgenommen habe. Und kann es dann hören. Es geht jetzt nicht, weil ich rede. Aber es funktioniert. Und kann das Bildchen anschauen. Und so kann ich die Daten hin und her schieben. Von Dropbox, auf das iPad, auf das iPhone und in den Retour. Und brauche keine Cloud dazu. Ich möchte euch noch zeigen, warum habe ich GIF Viewer Pro runtergeladen. Das möchte ich euch schnell zeigen. Das ist wegen dem. Wenn ich auf dem Ornament bin. Und da eine Zeichnung mache. Dann kann ich sie als Eingrafter schicken. Auf dem Eingrafter kann man so psychotellische Mandala Filme machen. Und die finde ich eben auch cool. Und jetzt machen wir schnell eins. So. Ich mache jetzt wirklich. Es geht nicht darum, dass es schön ist. Es geht darum, dass ich euch viel mit dem mache. Und zeige wie es geht. Gut. Ihr habt hier wunderschöne Zeichen gemacht. Dann geht ihr auf das Fotoapparätli da unten. Geht auf 3D Basteln. Und dann geht es ein Ornament Crafter auf. Also ein Crafter. Ich nehme nur. Und das macht euch ganz coole Sachen. Wenn ihr Kinder habt, könnt ihr hier z.B. basteln. Mit dem. Seht ihr. Da. Da. Basteln. Wenn. Und ich könnte auch so ein. So ein Eis basteln. Es hat auch eine Anleitung. Es macht. Dann. Spiralen. Ich könnte das vergrösseren. Verkleinern. Ich könnte die Farbe verändern. Ja. Der Witz ist. Dass ihr könnt. Ähm. Ähm. Und viel machen. Von diesen Sachen. Das bewegt sich. Ich zeige euch jetzt gerade noch ein bisschen. Ja. Zum Beispiel. Ja. Jetzt wird ich ja. Zum Beispiel da. Ich möchte die Farbe noch ein bisschen verändern. Dann. Er wird. So. Und jetzt. Und jetzt. Kann ich das. Dreilen. Schnell. Oder langsam. Seht ihr. Jetzt mache ich einen kleinen Film. Von dem. Und ich gehe nicht auf Video. Weil sonst habt ihr drei. Ja. Wirklich. Bis das fertig ist. Wenn ihr auf GIF geht. Geht das relativ zackig. Bis er das gecheckt hat. Bis er das. Äh. Gemacht hat. GIF ist. Ist. Ist nicht Video. Das ist ähnlich wie Foto. Es ist eine ganz seltsame Mischung von Foto und Film. Aber. Mit dem Programm GIF Your Pro. Kann ich nachher aus dem. Auch. Sehr schnell. Ein Video machen. Und. Dann kann ich nachher. Auf Gara's Band. Eine Musik dazu machen. Und kann nachher auf. 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 Wie heisst es. Auf. Auf. iMovie. Ein fix fertiger Film machen. Mit Minendesign. Oder. Und das ist cool. Das ist wirklich. Relativ. Cool. Jetzt. Jetzt. Jetzt geht es da auf. Jetzt gehe ich auf. GIF. Speichere ich das auf GIF. Und jetzt mache ich das GIF Programm auf. Und da habe ich die Möglichkeit. Ich habe da draufklickt. Und oben auf die Viereckli. Dass der Film erscheint. Und. Ja. Dann. So. Klicke ich nochmal auf den Film. Und dann hat es da unten links. Ein Viereckli. Mit dem Pfeil. Und jetzt kann ich Convert to Video. Save Video. Ah. Save Video machen. Nicht Share. Save Video. Dann geht es jetzt in Fotos. Jetzt kann ich das löschen. Die LED. Das ist auch die LED. Die LED. Ich möchte das leer haben. Jetzt ist das dann wieder leer. Und es ist in Fotos jetzt. Ja. Okay. Schauen. Schauen. Ah. Ist das ein Zambi-Bur gewesen. Aber es geht. Aber seht ihr. Ja. Je mehr Sachen ihr drauf habt. Desto länger. Geht dann so Sachen. Wird dann das. Schwierig. Jetzt zeige ich euch hier. Warum ich Garspende habe. Garspende ist wirklich. Ganz wahnsinnig. Tolles Programm. Und ich würde. Ehh. Ehh. Ich würde es hören. Und ich würde einen kleinen Film machen. Ah. Das dann gehöre. Das dann grösser. Der Ton ist ausge налudiert. Den Ton gehört ihr nicht. Ah. Ihr gehört es nicht. Aber ihr könnt ein Lied spielen. gut. Ihr könnt es aufnehmen. Dann könnt Ihr es aufnehmen. Dann könnt Ihr es stoppen. Und dann könnt Ihr da. Mein Song oben. und dann habt ihr hier eure Aufnahme, dann könnt ihr noch ein Lied dazu singen ihr gehört es nicht, sonst gibt es Rückkoppelung, denn ich schwäze ja schon dann könnt ihr es aufnehmen, dann könnt ihr bla 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 auf Aufnahme drücken und bla 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 bla, ich lösche es jetzt schnell, ich will nicht, dass irgendwas anfängt zu pfeifen dann könnt ihr hier so viel aufnehmen wie ihr wollt und Instrumente und dann habt ihr Loops dann könnt ihr einstellen, das Tempo, die Takttonart und so weiter auf jeden Fall den Song speichern, wenn ich auf meinen Song gehe, dann speichern ihr den und dann kann ich den, nein, so, auswählen, jetzt kann ich den schreiben, einen Namen geben, sonst heissen alle mein Song, mein Song, mein Song, mein Song, fertig, nochmal auswählen und jetzt müssen wir den schreiben, dann müssen wir den schreiben, ich schicke ihn auf Dropbox ich schicke ihn auf Dropbox, ich habe auf meinem Mac ein Programm, das auch Garo spendet, dann kann ich das so lesen, obwohl es nicht konvertiert ist in irgendetwas, nicht komprimiert und dann habe ich ihn auf der Dropbox, kann ich ihn bearbeiten auf dem Compi oder ich meine, ich habe jetzt eben iTunes zugemacht, sonst kann man ihn an iTunes schicken auf dem Tablett und dann kann man ihn von iTunes dort holen so auswählen und speichern jetzt ist es auf dem Garo spendort noch ich weiss nicht, ob ob iMovie ich mache alle Fenster wieder zu jetzt einmal auf den Grossknopf und die nach oben ziehen wenn ich auf iMovie gehe kann ob der direkt von Garo spend äh hören kann ich glaube es nicht der muss es konvertiert haben in iTunes zu AAC Dateien oder so oder MP3 da kann ich jetzt zum Beispiel ein Film zusammenstellen mit ich lese ein paar Fotos aus so so sind wir erstellen dann kann ich dann anfangen und suchen mal Musik dann gehe ich zu Einstellungen und und kann da viel Musik nehmen aber hat dann nicht viel Auswahl aber ja ihr gehört jetzt nicht weil weil wenn ich auf Plus gehe dann kommt iCloud 3 und da geht die Musik hin wenn ich es auf iTunes speichere kann aber auch auf Audio gehen und dort geht auch die Musik hin wenn ich es dort speichere aber ich muss es konvertieren und iTunes habe ich ja jetzt von dem weggenommen ich habe aber andere Musik die drauf ist die ich hören kann und ich könnte jetzt nehmen wenn ich auf Verwenden gehe dann kommt die Musik hier runter dann schneidet es mir gleich so richtig und ja dann kann ich aus meinen Filmen Filmen aus meinen Zeichnungen mit meiner eigenen Musik die ich aufgenommen habe kann ich mein eigenes Filme machen und das könnt ihr natürlich machen mit euren Kindern und ihren Sachen die könnt ihr auch selber Musik machen das ist im Fall keine Kunst gut dann machen wir fertig fertig dann dann wenn sie mich durch den jetzt löschen Bilder brauche ich nicht das ist nur zu euch zu zeigen warum ich diese Programme runtergehe die ich runtergehe gut jetzt sag mal ich das ist jetzt alles ok was gibt es noch zu euch sagen ich gehe nochmal auf Einstellungen jetzt will ich mich abmelden ich will mich überall abmelden bei iCloud bei Safari überall und wenn ich mich abmelde dann entferne meine iCloud Daten von dem iPad aber meine iCloud Daten entferne nicht von meinem Account sondern nur gerade von dem iPad jetzt habe ich mich abgemeldet jetzt zeige ich euch wie man das ganze überhaupt das ganze iPad äh zurücksetzt also auf null so wie am Anfang alle Inhalte und Einstellungen löschen alle Inhalte und Einstellungen und jetzt ist ja wieder am am Anfang alles wieder das ist ja wieder am Anfang und jetzt kann man es das ist ja wieder am Anfang